Rüstungen haben, ne? Dann weiß ich auch nicht. Oh, ich hab wieder eingesammelt. Also, etwas. Fünf Rüstungen. Ach, ihr wieder. Nee, jetzt nicht weg. Nee, nee, nee. Wo? Komm ran hier. Der will immer weg. Lauf da! Ich hätte immer so rumzucken müssen. Ach, guck mal, wie er wegrennt. Weht ihr? Jetzt hab ich nicht mehr meine Spezialmunition. Oh, oh, oh. Oha. Ja, das war knapp. Ich bin mal eben kurz bei der Krankengeschwester. Guck dir die Weicheier an. Ja, wir wollen... Ach, Marcel und ich, wir wollten nur mit Absicht gehen. Also, ich hatte jetzt volles Leben. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass ich keinen Schaden kriege, wenn die Gegner mich nicht attackieren. Der nächste bitte. Oh, der wieder. Ja, also die ganze Zeit die gleiche Reihenfolge. Jetzt bleibt der tatsächlich bei mir stehen. Der sagt, damit ich angegriffen werde. Oh Mann, ich will auch zaubern können. Ich will so ein Schwert, was einmal über meine ganze Karte geht und alles kaputt macht. Also, so ein paar Zauber kann ich dir ja auch geben. Oh, ich habe ja gar keinen Mana. Ja, da haben wir ja genug Sterne noch umliegen. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch ein paar Mana-Kristalle. Ich habe ja auch 200 Mana. Ich habe gerade 420 Schaden bekommen. Ach, Marcel. Ich habe gerade 420 Schaden bekommen. Guck mal, Sanderweise. Gehen hier komplett ohne Leben zu verlieren raus. Ja. Das ist voll schon cool. Oh. Marcel stirbt einfach. Oh, jetzt kommt wieder der Destroyer. Nur kurz warten, bis Marcel respawned ist. Diese Range, die ist wieder. 420 Gold verloren. Ja, dann. Oh, ich habe viele Barren. Warte mal, ich sehe gerade, ich habe noch andere Munition. Jetzt wird es witzig. Oder kann das Ding das überhaupt schießen? Ich hoffe doch. Oh ja, wo bist du? Komm her. Ey, ey. Nee, nee. Nee, schummeln. Da komme ich runter. Was ist das denn? Ich sehe ihn nicht. Ähm, ähm, Regenwurm. Aua. Jawoll. Ja. Ich hoffe, ich mache mit meiner Munition jetzt hier nicht den Boden kaputt. Okay. Das ist nämlich jetzt explose. Explosive Munition, die ich verwende. Ihr habt alles? Jo. Okay. Flieh. Na, tönen. Hm, die sind doof. Aber wir sind ja fast fertig. Ja, haut doch mal von mir ab. Ich nehme den Linken jetzt. Komm mal ran, ja. Ah, wir gehen auf die Linke. Sandra? Ja, der, der Rechte läuft weg. Das ist blöd. Okay. Der Rechte geht die ganze Zeit auf Sandra. Ja, ach, da gehe ich doch nicht hinterher. Ich bin doch nicht verrückt. Die kommen zu mir. Und nicht andersherum. Ja, der Linke ist genauso. Oh Gott. Oh, nee. Nee, nicht das. Das ist uncool. Verschwende ich keine Munition, wenn ich es nicht sehe. Ah, ja. Meine Seelen. Ihr habt die Barren? Ähm. Nee, du. Irgendjemand, ja. Okay. So, je. Also den jetzt nochmal und dann jeden nur noch einmal. Also ich habe es meine 80 Barren gerade. Aus dem Halo-Bad kann ich mir auch, glaube ich, ich werde machen, du bist dunkel. Oder irgendwas, den Stab würde ich verkündigen machen. Ja, den Stab aus dem Halo-Bad hast du ja schon. Damit es baut sich in deine Euglein. Genau. Wie gesagt, du bist ein Bräucher nicht, weil ich habe ja meine noch. Sonst kann ich ja nur wieder zwei Fischer beschwören. Okay, Seelen wurden noch nicht. Okay, meine Seelen. Kurz Pause. Ja, ich muss mich auch kurz heilen. Ach. Guck mal, wo sie hingehen. Ja. Na, warte. In mein Zimmer. Hab ich jetzt. In mein Zimmer. Warte, da sind immer diese Fernkämpfe, weißt du, diese Fernkämpfe, die meinen, uh, ich kann keinen Schaden, uh. Es müssen eigentlich Bosse geben, die den Schaden mal reflektieren, irgendwie, für zwei Sekunden. Das wäre dann auch ganz lustig. Ja, wie in jedem anderem Game auch, wo du dir nur denkst, so, ach nee, was hat denn für eine Rakete? Sind der jetzt? Da ist er. Oh, hi. Ich will schaden. Wo ist meine Maus? Ach, gerade mal 500, ach wie süß. Ich will dir aber nicht. Ich habe Angst, mein Haus zu treffen. Ja, das wäre das erste Mal, weil ich nicht schuld bin, dass das Haus kaputt geht. Ja, ich sehe das schon. Ich schieße dann einmal daneben, bam, ist direkt irgendein Zimmer weg. Ist jetzt echt die Spawn. Wie, der ist, hopps. Der ist echt die Spawn, weil es ist tatsächlich Tag geworden. Ne, echt jetzt? Ja, vier AM. Oh, come on. Aber egal, wir haben viele Barren bekommen. Ja, einfach einmal unten ein Auto sortieren, machen in der Lager und dann gucken wir, wie viel wir jetzt haben. Ja, und dann gibt es neue Rüstung. Dann. Okay, mit dem Barren kriegen wir dann auch den neuen Bohrer für das neue Erz, also, ne? Genau, entweder Bohrer oder Spitzsacker, halt. Einmal Quickstacken. Hm, Barren will er nicht. Aber wenn du die oben übrigens in der Leiste hast, also ganz oben, zwischen 1 bis 0, dann sortiert er die nicht in die Kisten, wenn die Items sind. Äh, die sortiert ja auch generell nicht ein. Ich mache auch Quickstacken, das muss ich nicht. Vielleicht musst du aus der Kiste rausgucken. Ne, auch nicht. Die sortiert nicht ein. Ne, ja, egal, dann legen wir sie rein. Bei mir eigentlich schon. Also, die dürfen halt auch nicht auf den Tasten 1 bis 0 sein, ne? Ich glaube, du brauchst 54 für eine Rüstung. Eine komplette. Du kostest 54 oder so, um die in der Art. Ist drin, ne? In der Erze. Bin ich denn da? Heißt, du kannst uns sogar zwei Rüstungen machen. Ja, wir brauchen ja auch nur zwei. Sandra hat ja schon. Ich habe meine Rüstung auch. Ach, guck mal, die haben sie schon alle. Ich habe meine Rüstung auch. Ne, echt jetzt? Einmal schon. Ich habe meine Spinnenrüstung, Ramon. Ich brauche Beschwererrüstungen. Achso, ja, warte mal. Dann brauch ich ja generell nur eine machen, ne? Ich habe meine Titanrüstung. Wo haben wir denn? Ne, Sandra, du hast schon. Ne, ich will ja gar nicht. Jetzt kommt's. Gesehnete Maske. Ja, okay. Ja. Ich habe alle Barren rausgenommen, dann sortiert der auch nicht. Aber warte mal, wenn ich jetzt... Das ist bei mir, macht er das. Weißt du nicht? Ja, von wegen ausschmeißen. Geh an. Nice. 53 Schutz. Okay. Jetzt habe ich neue Rüstung. Ja. Achso, ja, hier. Wie sieht die denn aus? Zeig mal her. Ähm, ja. Ja, jetzt denn... Mega, man. Der definitiv nächste Boss ist auf jeden Fall Dschungel. Und im Dschungel kriegen wir... Ach, warte mal, die Spitzhacken. Genau, Spitzhacken könnte ich euch trotzdem noch machen. Das wäre ganz nett, damit wir dieses... ...Klyro-Zeug da sammeln können. Warte mal, und hier, warte, wo bist... Wo läuft der denn jetzt denn? Hier, guck mal, kannst du dir in deine Kiste packen? Dann hast du das, wenn ich mich schuhe. Oh, sehr schön. Ja, das heb ich auf. Da ist einer, der Excalibur. Das blöd wird. Ah, ja doch, das... Ah. Nice, ich sehe. Nice, Schweinchen. Die Seelen habt ihr auch schon in die Kisten gepackt, ja? Ja. Ja. Okay. Ah, nee, nicht... ...wichtes... Might. Side. Right. Right. Bei wem hört man sich denn... Ah, Marcel. Ah, Marcel. Okay. Ich will das Bild aufhören. Echo. Ah, jetzt nicht mehr. Eine. Äh, die macht gut Schaden, deswegen... ...du die? Okay. Pickle-Ext-Brom. Ja, nice. Ja, 200% Spitzhackenkraft. Nice. Das höchste ist... ...250, meine ich. Und das ist Hard-Lade-Game. Hm, die heißt dann, meine ich auch sowas wie die Axt, oder? Das ist ein Laser-Drill. Okay, wow. Das Einzige, was besser ist, ist... ...Bound, dass man sich bauen kann. Weil ich da auch mal wieder gucken könnte, wie man sich das baut. Okay, mal gucken, wie sieht's denn aus. Oh, so... Wow. Hallo. Oh, ich weiß nicht. Das hat doch was. Er hat den Baum in der Mitte abgebaut. Marcel, er hat meinen Mauchen-Baum kaputt gemacht. Was, wie eine Axt hab ich denn? Achso, die Spitz-Axt. Ist die bloß jetzt meine Spitz-Axt-Axt? Ja. Nein. Fuck. Doch, ist die bloß. Okay, das brauch ich alles. Wo krieg ich die nochmal her? Du hast dich, du hast dich meine Titel-Axt. Ja. Ich bin nicht da. Du hast dich auf meine Titel-Axt-Axt echt gelohnt, ne? Für die vier Minuten, ne? Ich seid. Oh, das kriegst... Die hat man ernsthaft nur beim Moon Lord bekommen. Oh. Ein Moon Lord? Spoiler! Wo kann man die auch erst so spät? dann frage ich jetzt ja mal ganz blöd darf ich mir mein lieblings mount bis zum nächsten mal holen ihr dürft letzten endes machen was ihr möchtet das was ich halt mache ist weil man sieht die perspektive nur aus meiner ansicht her nach wenn ihr meinetwegen op rumlaufen wollt oder irgendwo was beschaffen wollt könnt ihr ja gerne machen es gibt mir lediglich einen vorteil wenn wir fahren wollen also es ist nicht irgendwie dass ich jetzt den absoluten immer schaden gegen jeden boss machen sondern tatsächlich das ganze abbauen und so wird enorm einfacher welchen moment möchtest du dir holen das siehst du dann wenn es mir von den anderen beiden erlaubt wird aber jeder dann nicht das fliegen oder nach mach wie du es möchtest letzten endes also was steht jetzt als nächstes an dass der dschungel das heißt wir müssen die blume finden alles klar das werden wir dann aber offscreen machen würde ich sagen weil bis wir den ganzen dschungel durchforstet haben wir suchen die blume und dann sehen wir uns bei der blume wieder oder soll ich so ein spawn item holen das ist jetzt die sache das ist das war ein modell die blume suchen wir gucken die nach der blume und dann würde ich sagen wenn wir sie echt nicht finden keinen bock mehr haben dann machen wir genau aber das wollte ich vorher abgeklärt haben weil das machen wir schon einiges im dschungel untersucht weil wie gesagt ich möchte die öfters töten weil sie eine 1 zu 4 chance hat mir was tolles zu brauchen also werden wir so oder so das bauen item brauchen so nach dem motto ja ja das werden wir schon hinkriegen aber nichtsdestotrotz ich würde sagen heute war es mal eine kurze session habt vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann das nächste mal wieder bei einer berühmten pinken blume wenn wir sie gefunden haben bis dahin bis